Daniel César Martin Brühl-Gosales ist ein deutsch-spanischer Schauspieler, Filmregisseur, Synchronsprecher und Hörbuchsprecher. Leben Daniel Brühl lebt in Berlin und Barcelona Gratia. Der Sohn des deutschen TV-Regisseurs Hanno Brühl und der spanischen Lehrerin Marisa Gosales-Domingo spricht Deutsch, Katalanisch, Spanisch, Englisch, Französisch und Italienisch. Brühl wuchs in Köln auf, wo er das Dreikönigsgymnasium besuchte. Mit acht Jahren gewann er einen Vorlesewettbewerb und kam daraufhin zum WDR Hörfunk. Auf Hörspiel- und Synchronsprecherrollen folgten erste Fernseharbeiten. 1994 machte er in dem Fernsehfilm Svens Geheimnis auf sich aufmerksam. Außerdem spielte er für kurze Zeit in der ARD Daily Soap Verbotene Liebe die Rolle des Straßenkindes Benji. In einer Musikgruppe seiner Schule war er Sänger. Im Film Schlaraffenland von 1999 war er zum ersten Mal auf der Kinoleinwand zu sehen. Brühl verweigerte den Wehrdienst und wurde Zivildienstleistender, nachdem sein Versuch, ausgemustert zu werden, gescheitert war. International bekannt wurde Brühl durch die Hauptrolle des Alexander Kerner im Kinofilm Goodbye – Lenin, für die er vielfach ausgezeichnet wurde. Den Film sahen sechs Millionen Zuschauer weltweit im Kino. Der Film Salvador Kampf um die Freiheit, für den Brühl die Titelrolle erhielt, war einer der größten Publikumserfolge des spanischen Filmjahres 2007. 2008 fanden unter anderem in Leipzig die Dreharbeiten für den Film Lila – Lila statt. 2008 spielte er in Krabat den Altgesellen Tonda, einen guten Freund von Krabat. In Quentin Tarantinos Oscar-nominiertem Film Inglourious Basterds spielte er den deutschen Kriegshelden Friedrich Zoller. Seine Hauptrolle in dem spanischen Science-Fiction-Drama Eva brachte ihm 2012 in Spanien mehrere Nominierungen für Filmpreise ein. 2013 übernahm er in dem Formel-1-Motorsportdrama Rush – Alles für den Sieg die Hauptrolle des jungen Niki Lauda, für die er eine Nominierung in der Kategorie bester Nebendarsteller bei den Golden Globe Awards 2014 erhielt. 2016 war er in The First Avenger. Zivil war in der Rolle des Helmut Zemo, dem Widersacher des Titelhelden, zu sehen. Auch in der Disney-Plus-Serie The Falcon and the Winter Soldier verkörpert er Zemo. Seit 2018 ist er in der Netflix-Serie The Alienist in der Hauptrolle zu sehen. 2021 erhielt er für sein Regiedebüt nebenan eine Einladung in den Wettbewerb der 71. Internationalen Filmfestspiele Berlin. Brühl war 2003 eines der Gründungsmitglieder der Deutschen Filmakademie. 2017 wurde er in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences aufgenommen, die jährlich die Oscars vergibt. 2018 wurde ihm der Europäische Kulturpreis Taurus verliehen. In Berlin, seinem Lebensmittelpunkt, wohnt Brühl am Prenzlauer Berg. Er ist mit der Psychologin Felicitas Rombold verheiratet, mit der er seit 2016 einen Sohn hat. Im August 2020 wurden beide erneut Eltern eines Jungen. Soziales Engagement seit 2014 unterstützt Daniel Brühl als Botschafter die Here the World Foundation, die sich für Chancengleichheit und erhöhte Lebensqualität von Menschen mit Hörverlust einsetzt. In seiner Rolle als Botschafter war er 2015 im Here the World Kalender porträtiert. Der Kalender wird jährlich zugunsten der Stiftung verkauft. Gastronomie Brühl ist seit 2011 gemeinschaftlicher Betreiber der Tapasbar, Raval, in Berlin-Kreuzberg. Seine zweite Tapasbar in Berlin-Prenzlauer Berg wurde im November 2017 neun Monate nach der Eröffnung geschlossen. Auszeichnungen 2001 Bayerischer Filmpreis Bester Nachwuchsdarsteller in Nichts bereuen Vaya Condios Das Weiße Rauschen 2002 New Faces Award Bester Nachwuchsdarsteller in Nichts bereuen Vaya Condios Das Weiße Rauschen 2002 Deutscher Filmpreis Bester Hauptdarsteller in Nichts bereuen Vaya Condios Das Weiße Rauschen 2002 Preis der deutschen Filmkritik in Vaya Condios und Das Weiße Rauschen 2003 Deutscher Filmpreis Bester Hauptdarsteller in Goodbye Lenin Elefantenherz 2003 Berlinale – Deutscher Shootingstar des europäischen Films 2003 Bambi – Film National 2004 Jupiter – Bester Hauptdarsteller in Goodbye – Lenin 2003 Europäischer Filmpreis – Bester Darsteller und Publikumspreis für den besten Darsteller in Goodbye – Lenin 2004 Europäischer Filmpreis – Publikumspreis für den besten Darsteller in Was nützt die Liebe in Gedanken 2005 Adenauer de Gaulle-Preis zusammen mit Audrey Tautou 2007 Nominierung Goya – Bester Hauptdarsteller in Salvador – Kampf um die Freiheit 2014 Nominierung Golden Globe Award – Bester Nebendarsteller in Rush – Alles für den Sieg 2014 Nominierung Critics – Choice Movie Award – Bester Nebendarsteller in Rush – Alles für den Sieg 2014 Nominierung Screen Actors Guild Award – Bester Nebendarsteller in Rush – Alles für den Sieg 2014 Nominierung British Academy Film Award – Bester Nebendarsteller in Rush – Alles für den Sieg 2014 Stern auf dem Boulevard der Stars in Berlin 2015 GQ Männer des Jahres – Film National 2018 Europäischer Kulturpreis Taurus 2019 Nominierung Golden Globe Award – Bester Hauptdarsteller Miniserie oder TV-Film in The Alienist – Die Einkreisung